Es ist schön, dass man wieder auf der Matte ist und nach dem Klinik-Operation. Und wir führen natürlich gleich zu dieser Mann aus Polen, in unserer Landwirtschaft. Wir sehen hier mit dabei, im Team der holmischer Meister auch dieses Jahr, war auch schon holmischer Meister, unser Arjen Hakaic. GONG! 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 Sackpuff Deina! GONG! Es gibt eine Verwarnung, in dem er macht es braun, zwei Punkte für Agnariusz Pudic. Das ist ja auch zur Erläuterung, liebe Zuschauer, die Sie bei der Verwarnung in einem Überblick behalten können. Im kritisch-hürmischen Spiel gibt es bei einer Verwarnung zwei Punkte für den Gegner, der freien Spiel gibt es bei einer Verwarnung einen Punkt für den Gegner. Hier sind wir im kritisch-hürmischen Spiel, der hat eine 2-0-Führung für Agnariusz Pudic. Die Verwarnung, die Sie bei der Verwarnung, die Sie bei der Verwarnung haben, und die Sie bei der Verwarnung, die Sie bei der Verwarnung, die Sie bei der Verwarnung haben, mit der Verwarnung und die Verwarnung haben, meine Herren, die Sie bei der Verwarnung haben, weil Sie bei der Verwarnung der Verwarnung haben, Das war's! Musik Musik Applaus 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 und wir sind jetzt wieder zurückgegangen, und wir sind wieder zurückgegangen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Applaus Applaus